Unsere heutige Schnüffelschnute ist ein fröhlicher Schotte, der Bearded Collie, dessen Vorfahren im 15. Jahrhundert aus Osteuropa und Asien nach England und dann eben auch nach Schottland kamen. Hier wurde und wird der Wirbelwind nach wie vor als Hüte und Treibehund von Vieh eingesetzt. Und macht er das gerade einmal nicht oder ist er bei einer Familie, die keinen Bauernhof besitzt, verzaubert er alle mit seinem Charme und seiner positiv quirligen Energie und Natur. Was du bei der Haltung, Ernährung und Pflege deines Bearded Collie alles beachten musst, damit er ein langes und glückliches Leben führt, erfährst du im folgenden Video. Das Aussehen Wer zum ersten Mal einen Bearded Collie sieht, kann ihn zunächst mal mit einem Bobtail verwechseln. Schließlich begegnest du auch beim Bearded Collie einer Fellnase mit langem Fell, das teilweise sogar als langer Pony über die dunklen Augen fällt. Tatsächlich sollte das Deckhaar des frechen Schotten standardmäßig glatt sein und unter diesem Deckhaar versteckt sich eine weiche und pelzige Unterwolle. Freu dich schon mal auf die Fellpflege. Auch wenn der Racker scheinbar nur aus Fell und Fröhlichkeit besteht, gehört er nicht zu den Plumpenhunden. Unter dem Fell findet sich ein schlanker und muskulöser Körper, der eine Widerrisshöhe von bis zu 56 cm und ein Gewicht von bis zu 27 kg erreichen kann. Bei den Farben ist der Beardie sehr vielfältig unterwegs. Welpen haben hier die Grundfarben schwarz-weiß, braun-weiß, blau oder vorn-weiß. Die ausgewachsenen Racker können alle Färbungen von rötlich, Falbfarben, schiefergrau, schwarz und blau sowie sämtliche Schattierungen von grau, braun und sandfarben zeigen. Einige Beardies haben zudem weiße Abzeichen, die du auf der Brust am Fang und an den Pfoten sowie als Blässe im niedlichen Gesicht sehen kannst. Als Langhaarhund benötigt der Schotte selbstverständlich auch ab und zu Fellpflege. Diese ist aber erstaunlicherweise wenig zeitaufwendig. Um deinen Beardie schön zu halten, reicht es aus, wenn du sein Fell alle ein bis zwei Wochen ausbürstest und natürlich auch mal die Pfoten säuberst, wenn er draußen unterwegs war. Zusätzlich kann es nicht schaden, den Racker regelmäßig auf Zecken und andere ungeliebte Passagiere zu untersuchen. So kannst du Krankheiten bei deinem Beardie verhindern. Übrigens, der lange Pony kann dieser Rasse schon mal die Sicht auf das Wesentliche verschleiern. Daher kann es eine gute Idee sein, diesen bei Spaziergängen zu einem Zopf zu binden und die Augen ebenfalls regelmäßig zu kontrollieren, damit sich hier kein Schmutz und andere Störfaktoren absetzen können. Die Persönlichkeit Der Beardie ist ein sehr selbstbewusster Hund mit einem ausgeprägten Temperament. Dabei neigt er aber weder zu Aggressivität noch zu Nervosität. Kein Wunder, sonst wäre er auch vermutlich als Hüte- und Wachhund überfordert. Beardet Collies gelten als sehr feinfühlig und aufmerksam. Dank ihrer überdurchschnittlichen Beobachtungsgabe sind sie zudem sehr lernfähig und benötigen wie im Grunde alle Hunde ein gewisses Maß an Konsequenz, um dich als Gruppenkopf zu akzeptieren. Beardies sind darüber hinaus sogenannte People-Pleaser, die ihre Menschen gefallen möchten und bauen eine starke Beziehung zu ihrer Bezugsperson auf. Dennoch vergessen sie dabei nicht ihre eigene unerschütterliche Frohnatur und tun ihre Spielfreude gern auch mal mit einem Bällenkund. Dieser Schotter gehört in puncto Zuneigung also definitiv nicht zu den Geizhelsen. Der Beardier ist ein hervorragender Familien- und Begleithund. Und das vor allem für Menschen, die es selber lieben, aktiv durchs Leben zu gehen bzw. sogar zu joggen. Übrigens, der Bearded Collie gehört zu den Hunderassen, die sich auch extrem häufig gut mit Katzen verstehen. Natürlich ist es aber nicht sicher, ob die Mieze das genauso sieht. Welche Haltung braucht der Bearded Collie? Als quirliger Wirbelwind beansprucht ein neuer Mitbewohner dafür deutlich mehr Zeit, was die tägliche Beschäftigung angeht. Diese Hunderasse ist ein äußerst aktiver und unternehmungslustiger Hund und liebt daher ausgedehnte Spaziergänge. Hier möchte er sich frei und ungezwungen bewegen. Zudem ist er sehr intelligent und schätzt intellektuelle Forderungen bei Spiel- und Aktivitäten. Intelligenz-Spiele sollten ebenso auf dem Aktivitätenplan stehen wie Bewegungsspiele und das Erlernen von Tricks. Ernährung Wer viel unterwegs ist, braucht auch ausreichend Wasser und Futter. Jeder Hund kann entweder mit hochwertigem Nassfutter gefüttert oder gebarft werden. Also die Ernährung mit angereichertem Rohfutter, das gilt auch für den Beardie. Zieht der Vierbeiner als Welpe bei dir ein, solltest du darauf achten, dass dieser kleine Kerl alle für ihn wichtigen Nähr- und Mineralstoffe erhält und auch öfter gefüttert werden muss als ein ausgewachsener Beardie. Die Gesundheit Wie bei einigen Zuchthunden wurde beim Bearded Collie ebenfalls damit begonnen, die Schönheit, nämlich das lange Fell, besonders herauszuzüchten. Diese Hunde leiden deshalb manchmal sogar unter den Fellmassen und auch das Verhalten dieser Züchtungen hat sich verändert. Tatsächlich können manche Beardies überdurchschnittlich ängstlich oder auch aggressiv sein, wenngleich das natürlich bei weitem nicht auf alle Tiere zutrifft. Davon abgesehen gilt der schottische Wirbelwind als äußerst robust, auch wenn manche Krankheiten, wie beispielsweise die sogenannte Ellenbogenluxation, im Alter etwas häufiger auftritt als bei anderen Hunderassen. Mit dem Bearded Collie zieht eine wahre Frohnatur bei dir ein, die dein Leben gehörig auf den Kopf stellen wird. Zwar wirst du ihm seinen Freudenbellen nicht abgewöhnen, aber mit einem Klick auf das linke Bild kommst du zu unserem Video, in dem wir dir erklären, welche Ursachen häufiges Bellen noch haben kann und wie du es in den Griff bekommst. Mit einem Klick auf das rechte Bild kommst du zum Video, in dem wir die häufig gestellte Frage beantworten, ob Hunde eigentlich Käse fressen dürfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.